Ich bleib hier, das bringt nichts. Naja, wir müssen warten, dass er was macht. Es dauert zu lange, den hinterherzustellen. Ja. Gehen wir den hinterher. Besuch mal möglichst appetitlich auszusehen. Naja, wir sind langsam in einer Höhe, wo die Notleistung nichts mehr bringt. Das heißt, wir können hier dann auch mehr oder weniger auf 100% pro Pitch gehen und 100% Leistung. Und das sollte dauerhaft möglich sein. Das mache ich schon die ganze Zeit. 110 Kunde rum. Ja. Drückt an. Wir haben hier auch über Flak über den... Schießt. Ich habe keine Schaussee. Das wird nichts, mein Freund. Ja, die Flak liegt der 110. Und da fliegst du mich grad? Ich geh jetzt auf die 110. Der zieht grade hoch. Der geht head on mit mir. Oh. Ja, das sehe ich. Oh, es dauert sich weg grade. Ja, ich bin dahinter. Ja, schön, jetzt hat der viel verloren. Oh, Vorsicht, Gunner. Ah, die andere Spit kommt noch dazu. Ah, sehr schön. Ah, sehr schön. Der hat ordentlich gefressen. Beide Motoren drehen nur noch langsam. Nochmal draufgegeben. Ich glaube, ich habe den... Ah, ja. Dispatched Gunner. Der geht runter. Ja, der ist durch, der ist durch. Ich glaube, der ist ausgespawnt. Ähm. Dein Name. Okay. Ja, der ist auf jeden Fall Geschichte. Der ist vorbei, ja, ja. Ja, nice. Ah, 109. 109 auf meiner Höhe. Das sind 12.000 Fuß. Okay. Könnte auf dich reingestützt kommen. Pass auf. Ja, tut er. Na? Ist der in der Rolf? Ja. Okay, dann ist der an mir vorbei. Über den Schiffen grad. Ich stütze auf ihn rein. Ja. Okay, ich komme dazu. Bin jetzt hinter ihm. Ist der in der Lisa, oder was? Nein, Rolf jetzt. Hat ausgelevelt. Ist aber noch immer leicht. Äh. Mit einer Rolf. Der hängt einem, oder? Mh, nee. Ich häng ihm. Okay. Ah ja, ja, gut. Dann... Vorsicht, da kommt noch wer dazu. Brennt. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da kommt was. Ja, 109. Brech in die 109 rein. Ja. Okay, der lässt ab. Ich häng mich an den dran. Schau mal, wer es ist. Die 109 geht wieder hoch? Ja. Ja, ja, ja. Ich zieh ihn mal. Ich flieg den Norden ab. Gucken, vielleicht kann ich dem einen verpassen. Ja, der drückt gleich wieder auf mich hier rein. Und herunter. Ich werde jetzt gleich in ihn hineinbrechen, wenn er näher kommt. Ja, ich komme nicht mehr, leider. Ja. Ich breche jetzt in den Rhein. Dann kannst du abkürzen. Ich gebe Alisa. Ja, er geht hoch. Oh, Treffer. Na ja, ist an mir vorbei wieder. Ah, hängst du? Weil sonst hänge ich mich dran. Nee, 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 mach mal. Okay, ich bin hinter ihm. Steigt hoch. Ich komme jetzt wieder über Rolf rum. Kann ich dann gleich entlasten. Wir haben uns auf das Höhenruder gegeben. Da kommt noch eine Maschine raus. Der raucht ein wenig am Höhenruder. Ja. Stützt jetzt wieder. Ah, du bist gerade vertikal in mir vorbeigezogen. Nee, nee, das ist ein anderer. Ich bin aber auch da drüber dir jetzt. Ähm. Ist die 109? Ich habe ihn gerade verloren, wie ich geschaut habe. Ich auch, ich auch. Ist dein Deck durchgestützt? Äh. Keine Ahnung. Ich sehe ihn leider nicht mehr. Ist dir dein Deck noch gewuselt? Ja. Oh, ja. Direkt über den Schiffen tief. Ja. Mach's mal ab hier. Ah, du bist hinter mir. Nee. Ich bin jetzt nicht über den Schiffen. Ich guck mich da mal um. Ah, ich hatte nämlich eine Speedguard direkt hinter mir. Ganz knapp. Naja, das sollte ja der Vertikal ging. Oh ja, da ist... Ja, ein Riesengangbang mitten in den Schiffen. Ja, ja. Boah, die Schlag-Wahnsinn. Ein Stück... Nee. Ach, die 88 ist hier wieder am Start. Oh, ich sehe hier einen Lemming-Train. Ja. 88, dann Spitfire, dann 109, dann Spitfire. Ja, 109 hat es erwischt. Oder... Ich guck mal da... Ja, 109 hat Wasser auf jeden Fall. Ja. Ich misch mal mit da unten. Also ein 209er mit Wasser. Eine in der langen 6. Und eine mehr oder weniger direkt drüber. Ich bin noch mal mitgegeben. Oh ja. Wie denn da? Guck, was sich das frische 109 stützt grad rein. Versuch mich dran zu hängen. Ähm... Ein... Ich weiß nicht, da kriegt einer 6 tief über Wasser. Ich krieg vor allem Launcher-Crash. Das ist sehr ingekommen. Ähm... Das könntest... Nee, das... Das bist du nicht, du. Na, tolle Wurst. Wird einer jetzt Öl bekommen von der 109. Okay, 109 Wasser geschossen und Sprit. Hängen mich dahinter. Ja, eine war schon ziemlich durch. Ja, das ist die frische hier. Hätten noch nichts kassiert gehabt. Ja. Hier geht einer Speedy hinterher. Da hängt sich noch ein Speed dahinter. Einer ist gerade ins Wasser gegangen. Äh... 109 ist gerade aufgesprungen. Ist jetzt Launcher-Crash wirklich? Ja, ja. Ah, fucky. Ja. Ich hatte gerade schön die Brände auf der 88. Ich hatte sicher. Oh, 100... Speedteamide 109 in der 6. Äh... Im Nördlicht der Schiffe. Äh... Ist das hier die Map mit Airspawn? Hm? Ist das die mit Airspawn? Ja, ne? Ne. Die hat keinen Airspawn. Achso, du mein... Ja, auf deutscher Seite ja. Die haben... Die haben Airspawn. Ich bin gerade head-on mit der 109, die die Speed verfolgt hat gegangen. Und hab sie aber leider gerammt. Und jetzt fehlen mir auf der rechten Seite sämtliche MGs. Und ich muss Not landen. Ich hätte nicht zu von Tal angehen sollen. Aber ich wollte der Speedy einfach halt helfen. Er kam ja von oben, oder was? Ne, der ist direkt hinter der Speedy gesessen. So 500 Meter dahinter. Und Speedy hat irgendwie entweder nichts gecheckt oder den irgendwie zu anderen... Befreundeten ziehen wollen. Ja, ich tippe für nichts gecheckt. In der Bucht von Manston ist noch immer die... Stucker. Und äh... Kühler immer 100? Äh... Ja. Also ich hab da nun... Ich hab auch nicht so viel Erfahrung in der Speedy, um zu sagen, wann ich da wann den Kühler wie weit zumachen kann. Und damit ich... Da die 1A ja doch relativ empfindlich ist, was das anbelangt... Bleib ich lieber auf der sicheren Seite. Ja. So, ich starte gerade. Bin jetzt oben. Wo sagst du, ist die Party? In der Bucht oder was? Mainston, äh... Bucht, ja. Da seh ich... Oh ja ja ja, ich seh die Kontakte. Hier ist Stück. Ich hab der Stucker noch was mitgegeben, aber... Ist glaub ich in Munitionsverschwendung. Da lass ich eh mal ab und steig stattdessen lieber. Äh... Erstmal die Kiste trimmen... Das ist aber ein dicker. Das ist ein Bomber, das ist eine 88. Ja. Gut, ich geh über Lisa und versuche ob ich den vielleicht, wenn ich noch ein bisschen steige... Äh... Head-on angehen kann. Wobei... Ich flieg nach Norden und mach da mal höher und dann dreh ich um. In Adito. Also krieg ich den nicht. Da ist ne Heinkel. Ja, wir sind schön langsam. Ja. Ja, ich bin fast schon Co-Alt jetzt mit dem. Ich flieg jetzt auf 85. Auf Pitch. Oh, wir ziehen reinsteigen. Ja. Uh... Brennt. Na, hat aufgehört zu brennen, oder? Watt. Ernsthaft? Nee. Nee, sah nur kurz so aus. Ja, aber da hat doch der Flügeltank gebrannt. Kurz. Ja, jetzt stürzt er, jetzt komm ich da schlecht ran. Ja, ich komm grad von hinten ran, ich drück nochmal an um Fahrt aufzubauen. Ja, ich stürz grad nochmal rein. Der Rauch fängt an und hört wieder auf, irgendwie so periodisch, hängenartig. Ja, ja. Komm dran. Ah ja, seh ich. Gut, ich komm hinter dir ran. Hat aber die volle Breite was bekommen. Ja, Pilotkill. Sehr schön. Ich geh wieder auf 75 runter und mach grad Höhe. Jo, gelb Nase auf jeden Fall. Ja, unser Arsch ist auch clear. Der traut sich aber, aber auf der Höhe, oder? Ah, der folgt einem Kontakt vor sich, da ist eine Blenheim vor ihm. Den Bomber versucht anscheinend anzugehen. Ja, der ist auch vor uns da, glaub ich. Es könnte sich ausgehen. Kommt drauf an, was die Blenny für Speed hat. Bei diesem Steigflug im Leichten, von daher. Scheiß drauf, ich geh auf 100% Poppitch, Volllast, Boost an. Ja, der schießt. Ja, ne, der schafft's schon. Dirk Seymen. Ja, der wird selber gleich mal weggesnackt werden. Na, der beobachtet bestimmt grad den runtergehenden Bomber. Ne, er hat jetzt den bei uns gesehen. Raucht. Ja, damit ist das Thema ja eh durch, dann bleib ich oben. Oh, ohne Ende Kontakte hier über Manston. Ja. Hat Wasser. Oh, der schießt mir hinterher, wirklich? Stimmt ja mit ihm nicht. Oh, hier ist noch ne 109. Hier kalt ne, nen Briten an. Ja, ich lass mal ab von ihm, der ist eh tot, praktisch. Ja. Äh, wie hoch ist die 109? Äh, grad auf Angels... Äh, hoch. Mittelhoch, also wesentlich höher als du, nehm ich an. Okay. Ah, ich seh, die geht grad über Lisa, oder? Hängst du dahinter? Ja. That's me. Okay. Der sich grad den Kühler zerschwänzt? Ja, hat er. Lol. Treffer glaub ich. Hab ihn nochmal mit zersägt. Fangen wir einmal ab. Fangen wir einmal ab. Nochmal drauf gegeben. Uh, da sind jede Menge Speedies hier. Ja, da haben wir nochmal drauf gegeben. Ja, ja, der ist durch, lass ab. Äh, die erste 109 ist noch am Decker und hat noch immer zwei, äh, Speedies an sich. Ja, ja. Wieder auf 75 runter und zieh wieder Richtung, äh, Richtung Süden hoch. Mach hier ein paar Meter. Ich seh grad auch wieder drei bekloppte Briten, die sich aus Hallo zigstausend runterstürzen. Wie irre. Also nochmal dr69 am hopefully. Juhu normal wid remarkable. JoEE Awesome, okay. Ja Das war mal offen. Alle es sehr yehlern, da ist einfach nur beim Aufstieg. Ich habeいていた enhancedي Bauton die Bautono Highestержung durch. Gäbenst du bisschen durch da eine Karausz headbaser. Man kann ja auch permanent im Boost bleiben, da mit 75 klettern, ne? Äh, ich denke schon Ja, Temperatur bleibt bei 110 Grad, also so So, jetzt nach den Ground Control 90 8 Meilen Oh ja, da seh ich was Ich hab noch die zweite 109 hier runter verfolgt Totally worth it Können ja eh nix Spauen wir uns mal die ersten beiden an Der nächste, der war auch schwarz Genau, ne Speed mit Ölfahne Ja, der andere ist gelben, Nase, ist 409 Er folgt ihm? Ja, der ist jetzt wieder rein Okay, ich seh niemanden hinter der Speed, ich bin jetzt praktisch über der Speed Ja, der Typ ist unter dir, ich seh ihn, ich geh rein Ah ja Da ist er doch Ja, der Speed hat schon den Motor aus Er ist abgesprungen Okay, ich geh weiter auf die 109 Warum steu dich jetzt so richtig schön vor uns aus? Na ja, hat's gerochen Na ja, ja Ja gut, den fressen wir jetzt Na ja, der kann ja nix machen auf der Höhe Bin hochgegangen, jetzt wieder rein Mal bedienen Oh Ja, bis schon wieder sehen Ah, ist schon rein oder was? Ich hab ihn angezündet Na ja, hab ihn angezündet Ah, sehr schön So, wo sind die anderen? Ja, steckt grad hoch, 109 ganz niedrig, äh ganz langsam wenn ich... Ja, welche Richtung? Uh! Ja, unweit, unweit von dir, sehr nah Ja, die 109er kreuzen sich mehr oder weniger grad Du hoch? Ja, ne? Ja Äh, 109 geht grad hoch, äh springt abwösen und brennt jetzt Oh ja, ja Na dann Ja, ich hab ihn nicht mehr 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 Oh, nicht den Flippity-Flop Uh, knapp Oh, hast du mir noch nachgeschossen Ah, der bleibt vor mir stehen, sehr schön Ah, ich hab keine Muni mehr, das waren die letzten paar Mumpeln, shit Ich kann auch noch zuschauen Ich weiß nicht, der hängt sich ja nicht dran, ich geh mal an, aggressiv, vielleicht bricht er dann weg Kriegt ihm jetzt einen Schuss? Hat abgelassen Oh Ja, ich hatte gerade kurz einen Lag Nee, er warpt gerade weg Server ist weg Ja, Server ist weg Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich hab ihn ja Ja, ich bin ja, ich bin ja kein Fall Abstand